Mit einem kleinen Gitarren mit ganz, ganz viel Herz versuchen wir die Aufholjagd in dieser Saison zu starten. Es ist nicht nur Fußball, es ist nicht nur Kicking der Ball. Das ist Religion auf einem Saturdaysabend. Und das ist wieder die Kastrupas-Klasse. Das ist das Volumen der Bundesliga und das sind die Fans. Hofmann ist da! Das ist uns. Und sie ist ja! Und er hat die Kastrupas-Klasse. Und er hat sie zusammen mit seinem Team gebracht, um etwas, das niemand gedacht war. Fauerfeld Borkum, am Herzen des Fußball. This team does not deserve to go down.